Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Exil Und ja, haben wir ja ne Folge Ich weiß gar nicht wann kommt die letzte Folge Donnerstag, ne? Ich meine ja Donnerstag kommt glaube ich die letzte Sonst habe ich nicht so viel Motivation gehabt Und jetzt nehmen wir ja was auf hier Was haben wir da hier? Was wir ernten? Nur irgendwie Okay Wir sind noch Nicht ausgewachsen, okay Und dann Damit Ich habe schon gedacht, haben wir nicht gut lernen Und jetzt So Okay, wie fahren wir jetzt? 5 Entschuldigung Das bringen die ja total 2 Oh Mann Ich würde so eine riesige Farm machen Wieso kann er nicht so Mit richtigen großen Cottonfarm Mit eher Rasberries oder so, ne? So lustig Oh Mann Naja Ich weiß gar nicht was Ich weiß gar nicht was Das können wir noch mit dieser Folge machen Oh Gott, ey Wir brauchen wie viel von euch Machen Brown Leather Wir brauchen Strings Die werden wir bekommen Diese Folge So ein Unterjahr, ne? Ich werde nicht schlafen gehen hier sofort Ich fährt nur Ich bin im Farm Polis Es ist eine Magitation hier Alles gut bekommen Wenn wir jetzt was rausschmeißen dann hier Und dann wieder hier rum Packt alle mit seinen Bieschen rum Häm Mann Ich bin imights Ich bin im Hinblick Ah, ne? Hier gehts Ich bin im Hinblick Oh! Scheiße! Ficke Wuh, wir müssen einfach mal ein bisschen behalten Jetzt einfach hier Und jetzt wird ein OME Das wird frei Ja Achja Und du musst doch mal ein bisschen was zu Hause Kannst du dumm lassen, dass ich einfach schon ein halbes Jahr herläufe, ne? Ich hab diesen Monat... sieben Monate, glaube ich... Sieben Monate meine Hexen schon, ey... Also Ende Mai... Sieben Monate Hexen... Hexen... Krass... Oh, du bist ja noch, ne? Ja, aber ich war eigentlich auch nie wirklich... Ich dachte, dass er wirklich so lange läuft, ne? War schon cool... Kann man in meinem Mikro mal, ey... Ich muss immer mal rumstellen hier so... Deswegen klappt es immer so... Ich kann ja was so tun können hier... Jetzt noch... Es ist eigentlich mal dunkel wert... Wenn wir in den Color gucken... Achja, der war am Tisch, ne? Achja, der war am Tisch, ne? Toll Dekoration... Oh, bis eigentlich hier könnte er... ähm... Stare... Soll den Sandstorm-Blick-Stare... Dann gibt's hier eigentlich nicht... Soll ich mal gut... Ich mach's gut... Jetzt soll's jetzt langsam dunkel werden... Dann lass ich hier raus... Und da erst mal nur ein bisschen... Der Sandstorm-Bang... Und aber das ist ja auch nicht alles hier... Ich will sie immer wieder... Das hat doch noch schon eine Dinge komisch... Was heißt denn... Und da ist mir auch nichts.. ...nach ja, Iris... Wo ich sie auch noch auswehre Okay Sind die irgendwie mit den Kurschumpacken und alles wieder Ich hab aber ja bock auf den Lather Also auf den Schlachtfall Was ist das hier? Oh, nicht die Idee Okay Die sind zu mir mal gestorben Oh mein Gott Wie ist mir Tor eingeschlagen? Hä? Was? Ich weiß nicht Tschö Gui Oh, das kommt Wulff Oh, das kommt Wulff Oh, das kommt Wulff Lo Oh, das kommt Wulff Oh, das ist ein Wasserlauf möglich Mach das was möglich Hm Ich werd's tun Shit Ich hab's ja mal nicht kaputt gegangen 2x6 Ich hab's ja mal nicht kaputt gegangen 2x6 4x4 Kümmer, das wird immer schlecht hier. Kämpfen. Ich traue echt spinnen. Unbedingt. Ein bisschen raus. Neu, ey. Neu mal ein Dorf. Neu. Okay. Zombie. Das war ja auch schon mal, ne? Genau. Das ist noch ein Battletower, glaub ich, da irgendwie. Müsste eigentlich einer sein. Können wir auch noch mal hingehen vielleicht. Und der Wechsel wäre einfach sehr extrem. Ja. 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 Naja auch, ne? Gut. Wie soll ich jetzt ein Jet machen? Okay. Gut. Wie soll ich das gewesen? Ich hab noch nie vorgemacht gefaktet. Wenn uns die Video gefallen hat, dann lass doch eine Post. Ich hab noch gar nicht vergessen. Und tschüss.